So Freunde, weiter geht's mit einer weiteren Folge Elden Ring. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Warte, ich werde jetzt mit euch gemeinsam versuchen, die Seel zu holen. Ich hab's gerade eben schon einmal probiert und wurde einfach von dem Laserschoss da oben weggesniped. Naja, also ihr habt nichts verpasst, außer mich kläglich. Genau von dem, genau von dem. Wie kann er um die Ecke ballern, Alter? What the fuck, Alter? Ich sterb schon wieder fast. Ich sterb schon wieder fast. Da, da. Seht ihr das? Ich wurde so hart gehittet und dann kam der zweite Typ und hat mich gefinisht, nachdem ich versucht habe, hier hochzuklettern. Oh, Alter, vorne. Er fängt halt gut an schon. Ja, ey, auf jeden Fall nice, dass ihr wieder am Start seid. Lasst gerne weiter, ein bisschen Liebe da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ist halt die Frage, ist hier oben überhaupt was? Ja, 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 okay, gut. So. Na, Johnny fightet da jetzt unten, aber... Ah, nein. Nein, 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 nein. Ich wollte mich heilen, eigentlich. Alter, der ist ja mega stark unterwegs, ey, man. Ey, krass. Was? Guck dir das an, wie penetrant die Leute sind. Du dummes... Alter, geiler Typ. Komm, fick ihn da unten weg, ey. Jawohl. Alter, ist der krank stark, ey. Nice. Komm, scheiße. Warte, auf jeden Fall, ähm... Ja, kurz mal hier abchecken, hier, was hier so rumliegt. Ob hier noch irgendwie was rumliegt, was geil ist. Komm, komm, komm. Ja, scheiße, man. Ja, scheiße, man. Boah, alter. Der ist so krass stark, alter. Ja. Heftig. Einfach nur geil. Einfach nur geil. So. Schauen wir mal. Freunde, wir müssen aber auch wirklich langsam mal zum Ende kommen vom Let's Play. Also, umfassbar. Ich mach schon so lange Videos, aber... Aber die Videos sind schon so lange. Ja, nicht? Ja. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Irgendwie wollen wir ja auch noch andere Projekte sehen, oder was? Oder? Ich weiß nicht, ey. Was steht denn... Oh, krass. Was steht denn überhaupt noch an, ey, großartig, so richtig krasses? So. Sehe ich genau... Ach, stimmt, da oben war ja auch noch ein Item. Hm. Wie kam man da, wenn man da oben war, ne? So. Okay. Das ist jetzt, ähm... Wir müssen jetzt natürlich erstmal... Wir müssen jetzt erstmal, äh... Den Boss im Gebiet platt machen. Ne, das war schon wieder der falsche. Das war das hier, ne? Ja, keine Ahnung, man. Was haben wir denn noch richtig Großes offen, was mir auch bewusst ist? Pfff, einiges. Scheiße. Einiges. Einiges. Äh, pfff. Das Ding ist halt... Mann, das macht echt Bock, das Game, Mann. Das ist halt das Problem. Das ist halt... Das ist halt... Das ist das Problem, Alter. Das macht einfach mega Bock, das Game. Oh, warte mal, 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 okay, komm, so viel Seelen haben wir denn doch schon, oder? Ja, ja, ja. Gönnen wir uns kurz mal ein Level. Reicht das denn? Krass, wie unsere Asche abgeht, Mann. Das ist schon die krasseste Asche, kann das sein? Das wird bestimmt mit die krasseste Asche sein, die man haben kann. Eben, natürlich auch gut, aber eine Stärke. Nochmal viel oben drauf. Nochmal viel oben drauf. Was geht ab? Gönn dir, Brudi. Gönn dir, gönn dir. So. Äh, ja. Ich überlege auch gerade, haben wir alle krassen, legendären Leute nachgemacht, jetzt eigentlich? Ja, 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 ja. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Malenia, Blade of Mycola. And I have never known defeat. Okay, okay! Ah, Junge, 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 Junge. Das war unfair. Das war unfair von mir. Okay, okay. Die heilt sich ja die ganze Zeit. Wenn die uns trifft, wa? Wenn sie in trifft? Was? Was soll man da denn machen, Alter? Alter, scheiße. Schöne Rune verballert. Hat ja auch richtig viel gebracht jetzt. Let's go. Das sind jetzt. Das sind jetzt. Ich bin einfach nur, ich bin einfach nur bei weg und trotzdem bummst sie so in mich rein, Alter. Wie noch nie irgendjemand vorher. Heftig, heftig. Was macht der da, Junge? Was macht der da, Junge? Ist das krank, Alter? Wer kommt auf so'n Scheiße? Kann ich jetzt schon sagen, mit Abstand der Schwesterboss. Mit Abstand der Schwesterboss. Mit Abstand der Schwesterboss. Auf jeden Fall mit Abstand. Jetzt schon, kann ich jetzt schon sagen. Von denen, die wir hatten. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Von denen, die wir bisher hatten. Mit Abstand der Schwesterboss. Ganz, ganz easy. Ganz easy. Alleine nur wegen dieser Kombo. Würde ich das ohne die, ohne die Asche machen? Game over direkt. Krank. Das ist ja nicht mehr normal. Also die Kombo. Ich bin ja sogar einigen Schlingen ausgewichert, aber die hat so eine mega, heftig lange Kombo. Weiß nicht, hat die überhaupt Effekte auf die, die reagiert oder was? Weil, ich weiß nicht, wie viele Blutungsdinger muss man denn dritten, äh, Schlinge, weißt ja? Nein, 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 das habe ich sogar gewartet. Gegen Schlag. Pfiuh. Jetzt. Double Blutig. Bleed. Bleed. Schlag drauf, Junge. Sehr gut, Alter. Ohne den... Heiliger Bimber mehr. Nein. Ja. Ja. Erste Phase, wa? Erste Phase, verständlich. Junge. Geisteskrass. Geisteskrass, Alter. Das ist krass. Radio Organisation. Wait. Die Scarlet-Bloom-Flauers werden wieder. Die Scarlet-Bloom-Flauers werden. Du wirst die Wahrheit sehen, Horror. Jetzt, Rot. Okay, okay, okay. Alter, das ist Naruto-Style, Junge. Aber so eine Pflanze haben wir doch schon im Vorraum gesehen. Was ist denn eigentlich schon? Was ist hier los? Alter! Nee, kannst du vergessen. Kannst du vergessen! Wir machen erstmal andere in Kram. Die muss fallen. Das ist klar. Ich bin sehr gespannt, was der Endpost aufhört. Die ist mit Abstand die krankeste Altersschwede. Das ist, äh, puh. Wär auch ganz cool, wenn hier die Scheiße mal verschwinden würde. Der Nebel. Ah, kurz erst mal Verstaufpause voller. Das ist nicht normal, Alter. Ich bin richtig down gerade, wa? Ich merke das gerade. Das ist eigentlich so eine Phase, wirklich eine richtige Pause machen. Nicht nur hier irgendwo woanders langlaufen, sondern einfach eine komplette Pause. Eigentlich wär besser. Ich glaube, ich weiß schon ungefähr, was man da machen muss bei ihr. Das Wichtigste ist, glaube ich, einfach ausweichen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich ausweichen. Blocken kannst du vergessen. Blocken kannst du vergessen bei der Alten. Bleibt doch mal jetzt stehen, ihr kleinen Ratten, Alter. Los, stehen bleiben jetzt hier, hab ich gesagt. Ich wollte das sagen, Alter. Hey, das wird vielleicht die neue Waffe, mit der ich die packe. Ist das jetzt, ist das jetzt weniger Nebel, also weniger Schneesturm, weil wir hier in der, also jetzt an diesem Ort sind, oder ist das irgendwie... dass alle paar... ...dass alle fünf Minuten der aufhört, der Schneesturm. Man muss ihn einfach nur abwarten. Wisst ihr, was ich meine? Oder ist die Ecke einfach... Oh, scheiße. Weg da, Eichhörchen! Oder was immer auch du bist, ey. Guck dir an, guck dir das an. Eintreffer! Eintreffer, ey. Oh, ich bin so gebrochen, ey. Oh, ich bin so gebrochen, ey. Alter, ich will mich gebrochen. Und das Feuer, was, glaub ich, am besten gegen sie ist. Das wäre jetzt auch ausgegangen. Hab ich auch nicht mehr jetzt. Ja, natürlich. Hallo, halt dich doch mal. Wie oft soll ich die Passe drücken? Wie wird Schläge hält der eigentlich aus, bis er mal zusammenrückt hat? Sein Nebel, ne? Sein Mantel, meine ich. Ey, jetzt brauchst du auch nicht mehr fallen, du Ratte. Aber warum leuchten hier von allen die Augen? Was ist denn das hier für eine Ecke? Sehr gut. Was ist denn hier los, Junge? Was ist denn hier los? Es ist das Ninja-Dorf von Lenonos. Apest dich, Junge. Ach, ja. Das ist schön, wie er noch motiviert ist, er wenigstens. Ist hier kein... Kein Eingang nach unten oder sowas? Ach. Es ist ja kein Eingang, oder was? Einfach gebrochen, Alter. Vorher war alles so spaß, weißt du? Ah, ich bin gebrochen. Jetzt bin ich sehr. Ich merke es. Boah. Weil ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht einschätzen könnte, wie lange ich brauchen würde, die hier zu plätten. Und was mich wirklich nervt, dass wir kein Feuerfett mehr haben. Ich weiß auch nicht, wo man das kaufen kann. Das nervt mich extremst gerade. Ich kann es ja immer noch nicht herstellen. Nee, alles andere, ja. Aber wir haben auch keine Items mehr. Weil ich die ja... Fürs schnelle Geld auch hier und da verkauft habe. Dabei dachte ich, die wäre voll nett, Alter. Ich habe doch ihren Arm. Ich meine, ja, hat man gesehen. Sie hat noch einen Ersatzarm, aber... Ich bin nur ein netter Typ. Jetzt stirbt doch einfach. Das ist hier nicht normalerweise in solchen Höhen. Übelster Loot. Habe ich den jetzt übersehen, oder ist hier einfach keiner? Alter, Mann! Einfach gebrochen. Ja, Junge, lass es doch sein einfach. Was hältst du davon? Du hörst nicht auf mit der Scheiße. Prallst du mit so einer stumpfen Waffe auch gegen die ab, oder ist es nur, weil man ein Schwert hat? Das ist schon heftig. Wie viele Seelen die geben? Ach, Junge, ey. Hm, nee. Stirb doch jetzt, Mensch. Lasst mich doch in Ruhe, ey. Ich bin so traurig und gebrochen. Ich komme bei ihr gleich angekrochen. Aber sie schlägt mir... durch den Kopf. Ich habe keine Chance bei ihr. Warum ist sie so stark? Was ist das für ein lila Kram? Es grummelt irgendwie ein bisschen in dem Darm, weil sie ihre Hand drin hatte und mich komplett platt machte. Au. Mein Gott, ich kann mir noch nicht hier von so einem Tarzanverschnitt hier auf die Schnauze geben lassen. Mit seinem scheiß Lenden-Schurz, Alter. Meine Zeiten des Lenden-Schurz sind auch schon lange vorbei. Hör doch auf mit dem Quatsch jetzt. Boah, Alter, hör doch auf jetzt. Er hat sogar den guten Baumwoll Lenden-Schurz, ey. Krass. Heftiger Typ. Eine Dunkelschmiede-Stein. Ach, das ist hier einfach. Heftig. Ist das jetzt hier irgendwie zufälligerweise doch der richtige Weg? Ist doch der richtige Weg, halt, zum Boss. Ja, komm. Mach doch auf die Scheiß-Tür jetzt. Fällt gleich aus hier, ey. Ach, nee. Dich haben wir doch schon besiegt, Alter. Reicht der sogar gleich? Kann das sein? Ich dachte, das wäre voll der besondere Boss, ey. Jetzt haben wir den einfach nochmal. Öh. Was hat mich getroffen, ey? Nein, ich hab's noch gesehen. Ich wollte ausweichen gerade. Wo ist mein Johnny, Alter? Ach so, der kämpft da. Let's go. Der einfachen Murmel-Körper, Alter. Wo ist er denn? Hallo? Ich wollte ihn angesehen, aber geht nicht. Weg! Oh, jawoll, Junge. Johnny-Slicing ist gerade nicht besonders berorchen, ne? Das war's. Was war's? Was passiert hier gerade? Das war voll komisch gerade. Das war voll komisch. Das will ich vermeiden, aber... Das geht gerade nicht, ey. Ich kenne das... Ja, ich kenne auch jeder das Gefühl. Gerade nämlich das Scheißgefühl, dass ich nicht richtig schlucken kann. Weil er so schleimig, schleimig ist. So, warte mal, aber wir hatten doch jetzt noch einen Weg hier... Den wir nicht gegangen sind. Wo war denn das jetzt? Achso, ja, hier runterhauen. Hätte er nicht gedacht, dass das der richtige Weg ist, direkt. Hier unten nämlich. Hier können wir noch lang gehen. Was blitzt denn hier so? Ich kann ihn nicht anvisieren. Oh, das hat mir glaube ich schon, oder? Irgendwas Alabaster... Ah, dann glaube ich schon. Nicht jetzt sterben, nicht jetzt sterben, bitte. Komm her, muss mich kurz an der Nase kratzen. Ja, das können wir gebrauchen mittlerweile, ehrlich gesagt. Nice. Gut, das hat schon... Mein Gott. Alter, wir haben die Stimme aber flöten. Ich wollte gerade sagen, das hat sich aber gelohnt jetzt. So, weil er hier oben ist, bestimmt auch noch das Zeug. Mann, ich würde das gerne erkunden, aber das ist echt nicht geil, Alter. Ja, gerade mit dem scheiß Schneesturm hier die ganze Zeit. Muss ich jetzt oben? Muss ich jetzt runter? Nee, da oben muss ich mal. Achso, scheiße. Ach, scheiße. Dann verliere ich halt die Seelen, oder? Ist ja scheiße egal. Ich bin schon Stufe 150, Alter. Daran wird es nicht liegen, Alter. Es würde nicht daran liegen, dass meine Stufe zu niedrig ist. Nein, 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 auf keinen Fall. Daran wird es wirklich nicht liegen. Ich umlege die ganze Zeit. Was kann ich denn noch rausnehmen? Nochmal neu verteilen, weißt du, schon wieder? In der Hoffnung noch mal irgendwie... Sala, keine Ahnung, Alter. Der Versuch mit dem schweren Schwert, das war... Das war gar nicht so schlecht, Alter. Es ist mich aber wundern, dass hier kein Eingang ist. Hier muss doch irgendwo ein Eingang sein, aber wo? Oh, wo habe ich den scheiß Eingang übersehen? Wursch. Keine Ahnung. Ich kann wieder nicht auf die Map zugreifen. Was ist denn jetzt los? Invader? Was ist denn jetzt los? Mein Gott, Alter. Wo bist du? Wo ist er denn? Wursch. Drecksau, Junge! Ja, mit dem Scheiß. Ich spuck auf deine Sachen. Piss dich, Alter. Na, 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 na. Wer wird sich denn da aufregen? Es ist doch so chillig. Wooo, Alter, ich dachte schon. Kratz, kratz, kratz. Oh. Wie eine dieser dummen Katzen. So. Okay. Ui, nicht gesehen. Wooo, Alter, Junge! Da habe ich aber den Reibach gemacht. Da habe ich aber den Reibach gemacht. Rune 1 und dann sechsmal direkt, ey. Ui. Alter, bist du mit dem Lebensmittel oder was? Ist denn verkehrt mit dir? So, wen muss ich jetzt hier... Dicht da oben oder was? Dicht da oben? Jetzt hat er nicht mal das Scheiß-Item mitgenommen. Komm her, du Ratte! Hallo, hallo, hallo! Au! Wiii! Oh, Schmutz! Also mittlerweile wirklich Schmutz. Können wir uns alles selber kaufen. Oh, Scheiß! Was geht denn jetzt ab? Alter, was ist denn mal rum? Oh, ho, ho! Oh, ho, ho! Oh, ho! Oh, danke! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, was ist los hier? Wer bombardiert mich denn hier? Was ist das, Alter? Oh, Scheiße! Will der Klotz jetzt mal fallen oder was? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Alter? Was ist das denn? Hm. Wieso? Wieso reagiert die nicht? Wieso? Muss ich irgendwie das Mausoleum betätigen damit die wieder lebt oder? Wieso? Oh! Wieso? Hat das irgendwas gebrachtet? Was habe ich da überhaupt für ein Ding bekommen? Warte mal. Scheiße, jetzt habe ich nicht direkt geguckt, deswegen habe ich wieder halb den Namen vergessen. Ich gehe mal davon aus, ich hoffe es zumindest, dass man die... Dass man die beim nächsten... Dass man die, selbst wenn man das Spiel durch hat, trotzdem nochmal entscheiden kann, geht man ins New Game Plus oder nicht? Vielleicht werde ich mir das sogar vorher angucken, dann doch. Damit ich weiß, dass ich danach nochmal durch die Gegend laufen kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass es geht. Und dann möchte ich später nochmal probieren. Aber jetzt aktuell... Keine Chance. Jetzt in der Folge sowieso nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Der ist weg. Der ist schon ganz weit weg. Der ist schon innen hin. Der Zug. Ganz weit. Ganz weit. Und die haben mich... Im Vorbeifahren haben die mir... Jeder einzelne... Und ihr wisst, wie überfüllt die indischen Züge teilweise sind. Jeder hält so seine Hand aus. Und ich denke, jeder klatscht ein. Ja, in mein Gesicht. So hat sich das angefühlt. In mein Gesicht. Wir hören uns. Aber..... Untertitelung des ZDF, 2020